Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein Eine-Woche-am-Arm-Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeit-Fazit nach über einem Jahr. Hallo und Willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu einem Langzeit-Fazit. Heute geht es um eine nicht-deutsche Uhr, die Saiko Ninja Samurai. Ich habe sie mir im August vor einem Jahr im Urlaub gekauft, ganz spontan. Zum einen, weil ich immer eine Art Hassliebe, ein angezogen und abgestoßen sein zu Saiko hatte. Zum anderen, weil ich eine Samurai immer gerne haben wollte. Und zum dritten, weil es eine schöne Urlaubserinnerung ist und der Preis gestimmt hat. Was hat sich jetzt über die Zeit für mich bei dieser Uhr verändert? Eigentlich gar nichts, muss ich gestehen. Alles das, was ich am Anfang im Review und in einer Woche am Arm schon gesagt habe, ist nahezu unverändert so geblieben. Ich finde die Tagablesbarkeit mit dem kleinen dreieckigen Stundenzeiger suboptimal. Aber das geht. Das ist so okay. Ich finde das schwarze Gehäuse super. Es hat sich sehr gut gehalten. Es hat ganz, ganz wenige Spuren. Die Lunette hat eine Spur. Den Boden mit dem Stahlschließdeckel finde ich jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd, aber stört mich auch nicht über die Maßen. Ich habe nach wie vor ein schwarzes Chronissimo-Band dran, weil ich das Original-Psycho-Band nicht so prickelnd finde. Zum Glück passt die Original-Schließe des Psycho-Bandes an das Chronissimo. Das Chronissimo ist ja auch wasserfest. Nachts leuchtet sie wie eine Taschenlampe. Absolut super. Trägt sich trotz ihrer Größe relativ angenehm am Arm. Gar nicht relativ, hör auf zu relativieren. Nein, sie trägt sich angenehm am Arm. Punkt. Und geht, wenn sie einmal eingelaufen ist, sehr genau. Das ist eines der Probleme, was ich bei Psycho-Werken öfter hatte, dass ich sie zwei, drei Tage am Arm haben muss, bis sich eine gewisse Ganggenauigkeit einstellt. An den ersten zwei Tagen habe ich noch Abweichungen von acht, neun oder zehn Sekunden. Danach reduziert sich das auf drei oder vier. Das ist einer der Punkte, weswegen ich mit Psycho ein kleines bisschen fremdele. Dafür sind die Werke wahnsinnig robust. Die Uhr läuft irrsinnig schnell an. Kaum aus der Box genommen, dann läuft schon der Sekundenzeiger. Also der Aufzugsmechanismus ist super effektiv. Sie ist robust, sie macht alles mit. Wasserdicht. Ich mag auch den etwas glitzernden Look der gefassten Indizes. Ich mag die Old Radium-Cremefarben, Elfenbeinfarbenen, wie auch immer ihr es nennen möchtet, gefärbte Leuchtmasse. Also eine Uhr, die bei mir bleiben wird, die auch regelmäßig an den Arm kommt. Und eine Uhr, bei der sich meine Wahrnehmung der Uhr über einen längeren Zeitraum in der Tat so gut wie nicht verändert hat. Und das ist etwas, was ich tatsächlich sehr bemerkenswert finde, weil bei vielen Uhren verändert sich meine Wahrnehmung doch. Oder ich entdecke Sachen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Bei dieser Uhr hat alles sofort klar auf dem Tisch gelegen und meine Einstellung zu der Uhr hat sich in der Tat kaum verändert.